Mit diesem elektrischen Hyundai fahren sie nicht nur umweltfreundlich, sondern auch geräuschlos und komfortabel. Der starke Elektromotor macht es zu einem Genuss, dieses Auto zu fahren. Sie verfügen in diesem Hyundai über eine Klimaautomatik, einen Regensensor und Zentralverriegelung. Ist elektrisches Fahren etwas für Sie? Dann rufen Sie uns jetzt an, um eine Probefahrt mit diesem Auto zu machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017